Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 31. Mai 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten wieder an der Dnipro-Frontlinie. Die russische Luftwaffe führte in den vergangenen 24 Stunden erneut mehrere Fliegerbombenangriffe auf die Westseite des Dnipro-Flusses durch. Auch in den vergangenen 24 Stunden wurde die Stadt Cherson am schwersten getroffen. Dort wurde laut einem russischen Militär ein Munitionsdepot zerstört. Zudem wird die Region des Hafens am Ufer des Dnipro-Flusses intensiv von der russischen Artillerie angegriffen. Hier sprechen russische Militärs von einer Ansammlung ukrainischer Streitkraft. Zudem wurde heute Nachmittag der Flughafen und die Stadt Dschernobayevka intensiv von der russischen Artillerie getroffen. Es werden mehrere starke Explosionen in die Region Dschernobayevka und des Flughafens von Cherson gemeldet. Die ukrainische Seite berichtet, dass in den vergangenen 24 Stunden an diesem Abschnitt zehn Einheiten russischer Militärausrüstung zerstört wurden. Zudem auch zwei Lagerhäuser. Die russische Seite behauptet, dass die ukrainische Streitkraft in den vergangenen 24 Stunden mit fast 100 Granaten die Ostseite des Flusses beschossen hat. Das russische Verteidigungsministerium behauptet heute, dass das letzte verbleibende Schiff der ukrainischen Marine bei einem Raketenangriff im Hafen der Stadt Odessa getroffen und zerstört wurde. Es handelte sich dabei um die Yuri Olifirianko. Das ist ein mittleres Landungsschiff sowjetischer Bauart. Es bietet Platz für bis zu 150 Soldaten, 250 Tonnen Fracht und bis zu zehn gepanzerten Fahrzeugen. Zudem verfügt es über Mehrfachraketenwerfersysteme sowie 30 mm Automatikgeschütze. Kurz nach dem Beginn der Invasion behauptete das russische Verteidigungsministerium, dass die gesamte ukrainische Marine zerstört wurde. Konkret wurde das am 25. März behauptet. Damit ist selbstverständlich der 25. März vergangenen Jahres gemeint. Und zudem behauptet das russische Verteidigungsministerium, dass sich der Angriff wohl schon am 29. Mai, also vor zwei Tagen, ereignete. Die Stadt Krasnodar wurde heute Nachts von ukrainischen Drohnen angegriffen. Es wurde eine Ölraffinerie getroffen. Es eignete sich eine gewaltige Explosion und daraufhin ein großes Feuer. Konkret brannte wohl eine der Destillationsanlagen. Die Kapazität der Ölraffinerie beträgt etwa 6,25 Millionen Tonnen pro Jahr. Und sie produziert alle möglichen Kraftstoffe. Die genauen Koordinaten dieser Raffinerie habe ich hier nicht. Und auch die Anzahl der Drohnen, mit der diese Raffinerie angegriffen wurde, ist erstmal nicht bekannt. Damit geht es weiter in Richtung der Saporizhia-Region. Die russische Seite beschießt nachts die Stadt Urychow mit Gratraketen. Ein Militärblogger behauptet, man hätte hier ukrainische Stellungen getroffen. Zudem werden heute Nachmittag mehrere Drohnen eingesetzt, mit der Absicht, ukrainische Technik zu treffen. Auch das vor allem in der Region Urychow. Etwas östlicher am Abschnitt Huleybole ist die ukrainische Seite aktiver. Und dort wird erneut die Stadt Poloche mit schwerer Artillerie getroffen. Details des gestrigen Angriffs auf die Stadt Militopol gibt es erstmal weiter nicht. Zudem gibt es die Information, dass heute Abend die Stadt Dniprorodne intensiv von der ukrainischen Streitkraft beschossen wurde. An der Frontlinie beobachten wir weitere Artillerie-Duelle und Gefechte auf taktischer Ebene. Weiter geht es in Richtung der Donetsk-Frontlinie. Ein russischer Militärblogger und Funktionär vom Abschnitt Wuchledar behauptet heute, dass die ukrainische Streitkraft mit 74 großkalibrigen Granaten sechs russische Stellungen beschossen hat. Hintereinander wurde also jede Stellung mit 11 bis 17 Granaten beschossen. Jede Stellung war nur mit vier bis sechs russischen Soldaten besetzt. Und damit hebt er hervor, dass die ukrainische Streitkraft aktuell keine Munitionsknappheit hat. Das wird auch von anderen Bloggern und Militärs der russischen Seite bestätigt. Zudem klagt er darüber, dass keine Antwort folgte. Vermutlich gab es Befehle der russischen Militärführung, deutlich sparsamer mit Munition umzugehen, mit dem Ziel, genug Munition für die kommende ukrainische Gegenoffensive zu haben. Am Boden gab es so gut wie keine Veränderungen. Es kommt weiter zu Gefechten in der Region der Mokils-Gedatschers. Insgesamt bleibt aber die Situation hier weitestgehend stabil. Am Abschnitt Marienka greift die russische Seite weiter in der Stadt an. Einige ukrainische Quellen berichten, dass die russische Streitkraft im südlichen Teil der Stadt einige Erfolge erzielen konnte. Hierzu gibt es aber erstmal keine Details. Zudem kommt es weiter zu intensiven Artillerieduellen. Die russische Seite beschießt in den vergangenen Tagen aktiv. Die Stadt Kurachowe, die sich hier etwa 10 Kilometer westlich von Marienka befindet. Angeblich wurde dort gestern ein Munitionsdepot getroffen, so zumindest einige russische Quellen. In der Region Avdijevka beobachten wir weitere russische Versuche, in der Stadt Pervomaiske vorzurücken. Vor allem an den Waldstrichen in der Region Wodjane gibt es Angriffe und Kämpfe. Das ist hier dieser Abschnitt. Zum heutigen Tag werden aber keine Veränderungen registriert. Zum Abschluss die Situation nördlich von Avdijevka. Hier beobachten wir im Abschnitt um Krasnohorivka, dass die russische Streitkraft diesen Waldabschnitt kontrolliert. Zumindest bis zu diesem Abschnitt. Es tauchte eine Drohnenaufnahme auf, die den ukrainischen Beschuss einer russischen Stellung an diesem Abschnitt zeigt. Vermutlich ist das aktuell die vorderste Position der russischen Streitkraft und damit wissen wir, dass die russische Seite definitiv die Eisenbahnlinie hier nördlich von Krasnohorivka überquert hat. In der Region Altschewsk wurde die Siedlung Karpate getroffen. Ich zoome etwas hinein. Es handelt sich dabei um diese Siedlung. Ukrainische Quellen sprechen von acht Raketen. Es wurde wohl eine Geflügelfabrik getroffen, die angeblich zu einer russischen Militärbasis umgewandelt wurde. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Russische Quellen sprechen von einem starken Angriff mit Highmars-Raketen. Es wird von fünf Toten und 19 Verletzten berichtet. Weiter geht es an den Abschnitt Bachmut. Die russische Streitkraft unternahm mehrere Gegenangriffe südlich von Bachmut, vor allem in die Region des Sivres-Gedonets-Donbass-Kanals. Das Ziel bleibt es, die zuvor verlorenen Positionen am Kanal und außerdem auch westlich bzw. nordwestlich von Krasnohorivka wieder einzunehmen und dafür wurden in den vergangenen 48 Stunden Reserven eingesetzt. Dies gelang ihnen allerdings nicht. Alle Angriffe wurden abgewährt. Die Situation an diesem Frontabschnitt hat sich nicht wesentlich verändert. Die ukrainische Streitkraft beschießt weiter aktiv das Dorf Klischivka mit einer hohen Intensität und in den kommenden Tagen werden nach den russischen Angriffen wieder ukrainische Angriffsversuche erwartet. Ein ukrainischer Militärblocker behauptet zudem, dass in der Region Osaryanovka gekämpft wird. Wahrscheinlich wird hier aktuell in die Region des Kanals gekämpft und die ukrainische Seite versucht, den Fluss an einigen Abschnitten zu überqueren. Bis zum jetzigen Zeitpunkt gelingt es allerdings nicht. Wir wissen, dass die russische Streitkraft weiterhin alle Stellungen östlich des Kanals hält. Sofern sich hier etwas ändert, wird es natürlich auch ein Update geben. Am Abschnitt nördlich von Bochmut hören wir im Prinzip das gleiche wie auch vom Süden. Beide Seiten berichten von erhöhter russischer Aktivität in den vergangenen 24 bis 48 Stunden. Vor allem in der Region Urihovo-Vasiljevka und in der Region Berchewka. Aber auch an diesem Abschnitt wurden erstmal keine Veränderungen registriert. Etwas nördlicher beobachten wir, dass die ukrainische Streitkraft in Richtung Salisnyanski aktiv ist. Es tauchte ein Drohnenvideo auf, welches zeigt, dass die ukrainische Streitkraft mit Unterstützung von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen versuchte, sich der Siedlung Salisnyanski zu nähern. Das Video ist vermutlich zwei bis drei Tage alt. Das lässt sich aber erstmal nicht bestätigen. Nach russischen Artillerieangriffen zog sich allerdings diese ukrainische Gruppe wieder zurück. Die Anzahl der zerstörten Fahrzeuge bleibt erstmal unklar. In der Region Lysitschansk beobachten wir, dass die ukrainische Seite erfolgreiche Gegenangriffe am Abschnitt Bilohovo-Vasiljevka durchführt. Konkret betrifft das den südöstlichen Abschnitt, wo die russische Seite erst vor einigen Tagen einige Erfolge erzielen konnte. Damit gelang es der ukrainischen Seite hier von den Höhen aus, einen erfolgreichen Gegenangriff durchzuführen und die alten Stellungen wieder einzunehmen. Dennoch bleibt die russische Seite an diesem Abschnitt weiterhin aktiv. Täglich werden etwa ein bis zwei Luftangriffe geflogen. Auch am Boden sind die russischen Streitkräfte weiter aktiv, vor allem seit dem Fall der Stadt Bochmud. Auch am Abschnitt in der Region des Krimina Waldes beobachten wir Aktivität von russischen Trupps, die aktuell versuchen, Schwachstellen in der ukrainischen Verteidigung zu finden. An diesem Abschnitt werden allerdings keine Veränderungen registriert. Die ukrainische Streitkräfte beschießt heute intensiv die Stadt Krimina, so berichten einige russische Quellen. Es wird nicht gesagt, was das Angriffsziel war. In der Region Svatove kommt es weiter zu Gefechten, in der Region Stjelmachivka und Krivoschivka. Auch hier werden keine Veränderungen registriert. Und das Gleiche lässt sich auch über den Abschnitt südlich von Masyutivka sagen. Hier beobachten wir ebenfalls weitere erfolglose russische Angriffsversuche im Wald südlich der Siedlung. An der russisch-ukrainischen Grenze kommt es weiter zu intensiven Artillerieduellen. Das betrifft weiter vor allem die Grenze der Regionen Belgorod und Kharkiv. Die ukrainische Seite versucht vor allem russische Feuerstellungen in der Region der Stadt Shebekino zu treffen. Diese Stadt wird seit etwa drei Tagen intensivst getroffen. Die russische Seite antwortet vor allem in der Region Volchansk und trifft auch teilweise Siedlungen östlich und westlich der Stadt. Seit dem Zwischenfall in der Region der Stadt Graivoron sind beide Seiten also noch mal aktiver geworden. Gerade von der ukrainischen Seite kommt es zu einer deutlichen Zunahme des Artilleriebeschusses. Die russische Seite meldet allein am gestrigen Tag den Angriff mit 298 ukrainischen Granaten allein auf die Region Belgorod. Zudem berichtet die russische Seite unter anderem russische Militärblogger, dass regelmäßig Kolonnen der ukrainischen Stratkraft mit schwerer Militärtechnik in Richtung der Stadt bzw. Region Kharkiv verlegt werden. Die Situation scheint sich dort nicht zu beruhigen und nach den Aktionen des russischen Freiwilligenlegions und dem gestrigen Drohnenangriff in Richtung Moskau denke ich, dass dieser Abschnitt weiterhin im Mittelpunkt der Geschehnisse bleiben wird, zumindest in den kommenden Tagen und Wochen. Soviel dann zur Situation in der Ukraine zum 31. Mai 2023. Wenn dir diese Zusammenfassung gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne den Kanal für tägliche Updates abonnieren und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Abend. Bis dahin, ein paar Jahre.